Schubzeskürbeln Schubzeskürbeln Aufwickeln Abwickeln Nicht aufwickeln Abwickeln Was ist das? Keinen Knoten rein machen So Gut Jetzt hier macht man genau so rüber Dann beginnt also den Eingang Stellt eine Länge her Die Aufforderungen, die jetzt gerade im Fokus sind So Vielen Dank. Vielen Dank. 14, 14, 14, 1, 2, 3, 4, 14. 15, 14, 14, 15, 16, 16, 17. Gut, das heißt also hier wird eine, am Eingang wird eine, das wird dann später noch mal gelöst. Das machen wir jetzt erstmal kurz fest. Das hat ja auch Übungseffekt. Damit das hier anliegen, kann man das hier unten reinschäden, dann wird das hier angedrückt, würde funktionieren. Aber wir haben ja noch ein Eingang, das heißt wir brauchen mindestens eine Hälfte der Hand. Zack. Ich brauche mal hinzu. Ich brauche mal hinzu. Ich brauche mal hinzu. So, was ist denn? Fällt gut. So, ok. Noch mal kontrollieren. Jetzt geht es hier rum, das hier herüber. So, etliche Lötstellen später. Komme ich jetzt langsam zu einem Ergebnis. Immer auch schön die Helfe in der Hand mit benutzen. Ohne die ist es doch tatsächlich ein bisschen schlecht. Ist es tatsächlich schlecht. So. Jetzt wird es halt so dunkel hier. Mal ein bisschen Licht machen. Wir haben die Helfe in der Hand wickelt. Ale es geht nicht Partnership, ever. Es geht nicht wahr.